Ab dem 1. März 2019 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung liegt in Leipzig. 2017 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 127 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1570 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.